Nicht jetzt. Sequenz 3 verloren und gefunden. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht auf den Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Si. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Alles klar, Yusuf. Also erwartet ihr etwa, dass ich euer kindisches Verhalten gut heiße? Ja. Was habe ich jetzt eigentlich erwartet? Habt ihr den Verstand verloren? Vielleicht. Vielleicht. Ich meine, Ezio schreit ja auch ganz schön, ne? Wow. Oh. Der Gefagene, ein Mann, wo der Verhaf der Wallenarung gestohlen hat, bewiesen sie ihre Güte, der Wache den Schlüssel per Taschendiebstahl abnehmen. Wartet hier. Natürlich. Ich bin in der Umgebung von Käfer gesichtet. Seine Taten werden überwacht und jede rebellische Handlung von seinem verhabenen Vater, dem Fein erstickt wird. Ich bin in der Umgebung von Käfer, dem Fein erstickt wird. Ich bin in der Umgebung von Käfer, dem Fein erstickt wird. Ich bin in der Umgebung von käfer. Ich bin an, dass du da. Willkommen zu. Ich binper vom Mio andạni. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Anheuer abgemacht. Früher war das mit einer anderen Taste. Ich bin unfeinlich. Ich bin wirklich unfeinlich. Ja. Okay. Bringt euch in Sicherheit. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Oh Mann, bitte tötet mich nicht. Bitte. Vielleicht auch nicht. Ich werde es morgen nicht schaffen, fürchte ich. Wir werden einen Freund meines Onkels in Izmit besuchen. Anscheinend besitzt er eine gute Farberei. Meine Güte. Jetzt laufe ich einfach durch. Ich bin unfeinlich. Ihr beschämt mich, ihr Fendem. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico, sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Habt Dank. Klamm, mein Freund. Das ist auf der anderen Seite jetzt das Missionsziel. Ja. Dann, mein Freund, reite geschwind. Bringe mich fort. So. Wir holen uns gerade noch hier die Truhe. Gesundheit und Wohlstand. wir sind gleich der lang dauert es noch eine ewigkeit habe ich befürchte ich wir müssen zur zur hauptfeste oder wie sich die auch nennt die leute fragen sich immer warum aber auch die wachen fragen sich das ja hier muss ich rein und alles klar es ist glaube ich nicht die hauptfeste egal interessiert keinen festen anführer einer ihrer haste hat genug erfahrung gesammelt um anführer einer ihrer festen zu werden festen anführer können zum rang der meister aufsteigen nachdem sie einzigartige missionen ausgeführt haben die gewählte szene wird permanent der wailing feste zugewiesen werden sie also sorgfältig er der hier natürlich mit dem rekruten reden der wächter teil 1 der rekrute ist besorgt über einige verdächtige vorkommnisse in diesem bezirk lassen sich berichterstattet mindestens ein assassin signal einsetzen mentor wir haben ein problem sehr viele assassinen sind in den letzten monaten verschwunden und ich ahne auch warum verschwunden meint ihr sie wurden getötet ich fürchte ja ich habe keine zeit es zu erklären versteckt euch im park westlich von hier und wartet auf meine ankunft dann werdet ihr selbst sehen alles klar mein freund das volk wird gebeten niemand alle sichtungen der illegalen miliz der bewahrer von wir werden schon bald in süßen was kann man so denn bei dir kaufen beutel ach 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 danke aber ihr seid zu teuer so viel geld habe ich aktuell noch nicht beutel sind wichtig munition sind wichtig und rüstung sind wichtig schwert brauche ich jetzt nicht unbedingt aufbessern zumindest habe ich das gefühl also schwert und kleine waffe komm schon jetzt geht er hoch du aussichtspunkt machen ist immer gut ja 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 ja